Nach einem monatelangen Machtkampf mit dem Parlament ist Perus Präsident Pedro Castillo des Amtes enthoben und festgenommen worden. 101 Abgeordnete stimmten für seine Absetzung, sechs dagegen. Zur Begründung war die Sprache von moralischer Unfähigkeit. Als Nachfolgerin wurde die bisherige Vizepräsidentin Dina Boloate vereidigt. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze des südamerikanischen Landes. Boloate bezeichnete Castillos Vorgehen, wenige Stunden zuvor den Kongress aufzulösen, als versuchten Staatsstreich. Castillo wollte sich durch die Auflösung des Parlaments an der Macht halten. Gegen seine Regierung wird wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt.